hallo wieder alle zusammen heute gibt es die fortsetzung vom letzten mal ich habe ja letzte woche habe ich meine guacamole gemacht und heute kommt eben wie gesagt meine ergänzung dazu das ganze wird jetzt quasi ein komplettes gericht mit dem ich jetzt einfach die guacamole kombinieren werden das ganze ist wirklich einfach nachzumachen und super gesund also ihr habt ja schon mal die guacamole die gesunden fette und jetzt kommt nämlich noch thunfisch ins spielen wir werden thunfischtart machen ich habe hier für euch wunderschönen tuna das gelbflossen tuna den habe ich in delikatessen laden gekauft ist nicht ganz billig aber ist eine schöne sache wenn man es diesmal leisten kann dann unsere guacamole vom letzten mal dann habe ich hier eine kokos creme selber gemacht und ein bisschen frühlingszwiebeln aus diesem wunderschönen stück thunfisch werde ich jetzt ein tartar schneiden ist praktisch dass das so ein medaillon ist werde das jetzt hier so mittig halbieren in streifen schneiden und dann in würfel wenn ihr frischen thunfisch kauft schaut auf die nachhaltigkeit es gibt viele sorten thunfisch die vom aussterben bedroht sind also schaut vielleicht aufs label es gibt label wie zum beispiel fos fuß es ist trend of the sea die schauen dass die bestände die sie fangen im rahmen liegen also schaut doch einfach auf das label was auch wichtig ist da wir ein rohes tartar essen wirklich eben wie gesagt beste sushi qualität vom fisch und schaut dass es so frisch wie möglich ist an meinen thunfisch werde ich jetzt nur noch ein bisschen salz ran machen und ein wenig pfeffer jetzt werden wir die ganzen komponente ein bisschen schön anrichten wie ihr jetzt gesehen habt habe ich aus ein paar kleinen zutaten was richtig tolles gemacht super gesund gesunde fette durch die avokale die kokosnuss schön proteinreich eigentlich kaum kohlenhydrate und wirklich schnell und einfach selber zu hause nachzumachen ich hoffe euch hat das video diesmal wieder spaß gemacht macht es nach ich würde mich freuen über ein tolles foto von einem der das nachgemacht hat und bis nächste woche